Heute begleiten wir euch durch Riquir. Seid gespannt und bleibt dran. Riquir gilt als eines der schönsten Dörfer hier. Und offenbar ganz zurecht. Ich glaube, ich gehe mal in die Fußschrift. Mach das mal. Man merkt, dass hier einiges an Tourismus ist. Aber im Moment geht es noch. Wir haben es. Halb elf. So ein Weihnachtshaus nach Kietowohlfahrt. Vielen Dank. Ich glaube, es ist ein bisschen voller geworden. Aber es ist unter der Woche. Also von daher geht es eigentlich. In den Seitengassen ist dafür ein bisschen weniger los. Das Elsass ist natürlich auch eine Weingegend. Und gerade jetzt hier im Riquir, wie man sieht, gibt es einiges an Wein. Und nicht nur hier drumherum war auch einiges. Das macht das Ganze hier natürlich auch aus. Dadurch ist das hier auch nochmal eine schöne Gegend. Und jetzt mal wieder zurück in die Stadt. Ja, lass uns mal in die Passage gehen. Also war wenig los. Na ja, das ist ja auch erst Dienstag. Genau. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt hier bei Leclerc noch einen Ravava-Kuchen und einen Kaffee. Also für hier. Da hofft einer auf ein Stück Kuchen. Das ist bestimmt kein Ravava-Kuchen. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Naja, das ist noch heute so zum Abschluss unseres Tages. Für unsere Sammlung Zucker. Genau, für unsere Zuckersammlung. Das noch zum Abschluss unseres Tages in Rikvir. Und ja, wo ist das jetzt hier eigentlich? Ist auch egal. Weiß ich nicht.